Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10631 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Während unseres Campingausfluges entdeckten wir ein freundliches Eichhörnchen. Das uns einen Besuch abstattete. Während unseres Campingausfluges entdeckten wir ein freundliches Eichhörnchen, das uns einen Besuch abstattete. Während unseres Campingausfluges entdeckten wir ein freundliches Eichhörnchen, das uns einen Besuch abstattete. Hast du das gelesen? Das ist das Protokoll unserer gestrigen Sitzung. Ein wichtiger Punkt fehlt. Hast du das gelesen? Das ist das Protokoll unserer gestrigen Sitzung. Ein wichtiger Punkt fehlt. Hast du das gelesen? Das ist das Protokoll unserer gestrigen Sitzung. Ein wichtiger Punkt fehlt. Die Weihnachtsfreude verbreitet sich wie von selbst. Die Kinder können es kaum erwarten. Mit seiner brisanten Aussage ist die Wahrheit endlich ans Licht gekommen. Mit seiner brisanten Aussage ist die Wahrheit endlich ans Licht gekommen. Mit seiner brisanten Aussage ist die Wahrheit endlich ans Licht gekommen. Im Spätsommer ist Weintraubenzeit. Die Beeren werden im September und Oktober geerntet. Im Spätsommer ist Weintraupenzeit. Die Beeren werden im September und Oktober geerntet. Im Spätsommer ist Weintraupenzeit. Die Beeren werden im September und Oktober geerntet. Energie und Ausdauer sind der Schlüssel zur Überwindung aller Hindernisse. Energie und Ausdauer sind der Schlüssel zur Überwindung aller Hindernisse. Energie und Ausdauer sind der Schlüssel zur Überwindung aller Hindernisse. Die beiden Netzballerinnen sind Freundinnen und spielen in einer Mannschaft. Die beiden Netzballerinnen sind Freundinnen und spielen in einer Mannschaft. Die beiden Netzballerinnen sind Freundinnen und spielen in einer Mannschaft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist ein Like. Das ist ein Wiege. Untertitelung des ZDF, 2020